Tatatata, willkommen zurück. Liebe Schmibs, wir sind hier immer noch in Welt 17, was sehr viele Levels hat. Und gehen ins dritte Level jetzt rein. Geil, ne? Na, ich finde das auch gut. Erhalte mindestens vier One-Up-Pilze und erreichte das Ziel. Oh, oh. Das erinnert mich an ein Level, wo ich auch Leben sammeln musste und nicht weiterkam und sehr wütend geworden bin. Okay, so sehr wütend jetzt auch nicht, aber ich habe schon meine gute Laune verloren. Das ist ja schon ein paar Parts her. So. Alter, also es müssen Pilze sein. Jetzt nicht, dass ich durch... Ah, guck mal. Ah, super. Ein haben wir. Also sie sind überall versteckt. Es müsste schon Pilze sein. Nicht, dass ich hier irgendwie 100 Münzen sammeln kann oder so. Okay, ich muss da wohl höchstwahrscheinlich rein. Mach mal das nochmal. Kaum. Ne, aber da kommt sicher was raus, oder? Oh, danke. Das Grosch dazu wollen. So, das Spiel sagt, geh da hin. Und ich sag einfach, ich geh jetzt aber hier hin. Passiert nichts, oder? Na, passiert gar nichts. So, hoffentlich habe ich es noch zurück, bevor die Wolke... Nein. Ah, so knapp. Scheiße. Okay, dann nehmen wir uns halt eine neue. So. Das ist interessant. Ah, Moment. Scheiße, dafür brauche ich ja einen Schlüssel von irgendwoher. Auch gut zu wissen. Es steuert sich angenehmer auf ein Schiebepad, wenn man auf so einem Ding unterwegs ist, aber das Steuerkreuz selbst ist angenehmer, wenn man jetzt normal zweidimensional läuft. So, erstmal hier aufmachen. Hoffentlich stirbt er davon. Tut er nicht. Ah, jetzt habe ich die Kacke aber am Dampfen, ne? Hier. Boom. Yes. Genau das wollte ich. Ich meine, scheiß drauf, dass der Rest jetzt nicht kaputt gegangen ist. Und Schlüsse kriege ich ja trotzdem noch. Ähm. Ob ich da unten her kann mit der Wolke? Vielleicht schon. Halten wir das mal im Hinterkopf. Oder scheiß drauf, ich will das jetzt ausprobieren. Komm, geht kaputt. Ich probiere es aus. Wir wagen es. So, den super Ultra Secret Weg. Nämlich hier lang. Ja, es sieht doch nach etwas aus. Nach einem One-Up. Und ich kann wieder zurück. Okay, ah, scheiße. Das hat mir die Vollblume genommen. Okay, ich glaube, ich sehe schon, wo ich dann rauskomme gleich. Aber bevor wir das machen, Moment. Gehe ich vielleicht noch hier oben lang. Vielleicht ist hier so ein verstecktes One-Up noch. Wer weiß. Also noch ein verstecktes One-Up, so gesehen. Aber scheint wohl nichts zu sein. Okay, damit haben wir zwei. Richtig. Okay. Äh, ja, weiter bitte. Ähm. Und danach kommt jetzt der Checkpoint. Also ich denke mal, zwei Leben ist ganz gut. Ich denke mal, zwei sind hier versteckt und zwei hier hinter so. Könnte ja sein. Vermute ich mal. Oh, wie mache ich denn das hier auf? Okay, es hat sich von selbst erledigt. Was kommt hier raus? Eine neue Wolke. Yeah. Yeah. Jetzt muss ich das hier aufkriegen. Perfekt. Ah, da gibt es immer ein Vorrat an Pilzen. Mist. Oh, nicht sterben. Oh, wirklich. Nicht sterben, bitte. So, ich brauche nämlich eine neue Wolke. Weil ich glaube, ich sehe schon, wofür ich die gebrauchen könnte. Nämlich wahrscheinlich, womöglich So, da komme ich ja nicht rein. Ah, scheiße. Nein. Ich dachte, ich müsste da hoch. Aber von wegen. Aber von wegen. Oh, wie komme ich denn jetzt da hin? Jetzt bin ich, jetzt bin ich durcheinander. Okay. Geht mal hier kaputt. Ich weiß nicht, ob ich die berühren darf, wisst ihr. Darf ich? Okay, gut. Kommt hier eine neue Wolke raus? Ja. Jaja, das schon. Dann schauen wir mal hier oben. Ja, wie komme ich da hin? Oh, Mann. Das wird ein ewig ungelöstes Rätsel bleiben. Okay. Ach, weg damit. Oh, scheiße. Wirklich, weg damit. Wow, das war jetzt cool. So, einmal hier lang, einmal da lang. Hier hoch, ha? Nein, auch nicht. Das sah so aus gerade. Ist hier was versteckt? Ach, Mann. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich wirklich am Arsch, weil... Ja, ich glaube, hier sterbe ich jetzt. Eventuell. Komm, eine Wolke. Oder irgendwas. Da kommt gar nichts raus. Ah, da kommt ein One-Up raus. Kommt da noch einer raus? Ich glaube, da kommt noch einer raus, oder? Gut, dann machen wir das schon mal. Da ist das Ziel. Das ist nicht so gut. Weil eins muss ich ja noch irgendwie holen. Ich habe auch schon eine Vermutung. Wo, so wisst ihr? Oh, fuck. Da kommt hier noch eins raus. Nein! Wieso kommt jetzt doch noch eins raus? Ja, scheiße. Ich glaube, die Challenge wird jetzt auch gar nicht mehr zählen, wenn ich jetzt gewonnen habe. Habe ich recht? Ja. Ach so, da steht da sogar. Nur zu Rücksatzpunkte hältst du keine Medaillen. Es steht sogar da. Oh. Seht ihr? Damit ist das Rätsel einfach einmal gelöst. Jetzt können wir einen Neustart machen einfach. Ach, Mann. Irgendwie... Okay, wisst ihr was? Wir rennen jetzt einfach straight zum Ziel hin. Und da versuche ich mir da einfach vier One-Ups auf einmal zu klären. Oder von mir aus sammle ich hin noch den ersten mit ein. Aber wenn da jetzt doch mehrere rauskommen, warum dann nicht? Gibt das. Weil eben erstmal kam nur einer raus. Ihr habt es ja gesehen. Und dann irgendwie... Ja, und jetzt. Und dann kam ganz zum Schluss doch noch einer raus. Ich hätte so auch ein Ziel schaffen müssen. Habe ich natürlich nicht geschafft. Aber, naja. Dann machen wir es jetzt halt so auf die Weise. Vielleicht komme ich damit ja schneller irgendwo an. So, vorher setze ich mir noch die Feuerblumen hier ein. Damit ich noch einen Treffer mehr einstecken darf. Oh, äh... Hier. So. So. Oder kommen da genau... Nein, die da können... Ich glaube nicht, dass man einstellen kann, dass die wirklich nur abgezählt da rauskommen. Wisst ihr, dass da nur... Also aus Röhren, dass da nur ein einziges rauskommen kann. Oder zwei rauskommen können. Ich glaube, es geht entweder unendlich oder gar nicht. Deswegen. Äh... Ich müsste... Oh, fuck. Ja, gut. Nicht so schlimm. Ich bin ja noch groß. Jetzt muss ich nur mich irgendwie bis zum Ende hinpimmeln. Oh, oh. Komm mal nicht da raus. Okay. Welchen musste ich ja mal kurz machen? Den hier. Oh. Shit. Okay. Ja. Ich brauche noch einen mehr. Komm raus. Seht ihr, der kommt jetzt irgendwie nicht mehr raus. Was ist denn das für eine schwarze Magie? Da. Da so. Äh. Ja. Gut, jetzt muss ich nur noch lebend ins Ziel rein. Ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Oh, yes. Ah, geil. Okay. Okay. Das wäre... Sollte geschafft sein. Außer das Spiel zählt das nur aus allen Pilzen oder so. Das wäre eine Sauerei. Ne, das ist geschafft. Erhalte 6-1. Och, komm. Das ist billig. Gut. Oh, das ist wirklich billig. Jetzt darf ich ihm gleich eine Scheiß nochmal machen. Aber muss zwei mehr sammeln. Wow. Komm schon. Wenn man es einmal raus hat, dann geht das ja auch. Ich muss nur scheiße vorsichtig da sein. Wo, ähm... Ja, am Ende dann halt, ne? Weil da hat man erst eine Plattform, die wird dann weggebombt. Und dann muss ich halt mit Wandsprung auf diese riesigen Bomben, die kurz vor dem Platzen sind, da immer drauf springen. Das ist halt so der Trick. Aber wenn ich das einmal hab, dann geht's ja eigentlich. Ich mein, dann ist ja scheißegal, ob ich ja hunderte Leben, äh, von woanders suche, so. Oder... Och, scheiße, jetzt schon? Das ist schlecht. Jetzt hab ich schon mal keine Feuerblume mehr. Ich mein, scheiß auf die Feuerblume selbst, aber... Es geht ja darum, noch einen Treffer mehr einstecken zu können. Jetzt steck ich hier ein bisschen fest. Ach, okay. Komm schon. Das wird doch reichen, oder? Och, wie immer nur einer kaputt gemacht wird. Ja, jetzt komm ich da nicht mehr rein. Na gut. Jetzt aber. Ach ja, da kommt ja die Wolke raus. Stimmt, ich kann ja da gar nicht hören. Ich kann ja da gar nicht hören. Ich bin doof. Ich, ich hab's vercheckt. Okay. So, nicht das Ding nehmen, weil es bringt mir überhaupt nichts. Ist ja durch diesen unheimlichen Parcours durch. Ja, ich wollte gerade sagen, vorausgesetzt, ohne mich treffen zu lassen, aber... Ich wollte nur einen Pilz nehmen. Nein, aber ich hab mich einfach in den Tod gestürzt. Frag mich nicht, warum. Ich wollte nur dieses verfickte Pilz haben. Den Pilz. Ja. Ach, Mann. Komm, ich muss nur einmal auch zum Ende durchkommen. Wieso muss das am Ende dann doch noch lauten, ja, jetzt nicht mehr vier, sondern sechs sammeln? So, wißt du? Hätte ich das mal vorher gewusst. So, ich mach schon mal das hier auf. Und jetzt das. Und jetzt in einen verpassen. Ah. Nein, das hat nicht gereicht. Hier, bitteschön. So, jetzt. Wow, was war das denn gerade für ein Space-Sprung? So, jetzt möglichst lange Power-Ups behalten. Das wäre schon sehr gut. Sehr optimal. Habe ich jetzt einen eingesammelt? Ne, ich habe gar keinen gesammelt diesmal. Ich will wirklich diese sechs Dinger am Ende erst sammeln. Also, was heißt, ich will, ich werde wohl, wenn ich das hinkriege. Von mir aus, komm, gehen wir auch mit der Wolke. Es scheint sogar ein bisschen sicherer zu sein. Anstatt da zu Fuß her zu laufen. Dann einfach hier unten her. Okay. So, und dann hier nochmal das Ganze. Och, Mann. Ich wollte nur abschießen. Da kam sogar die Schieß- Äh, Animation von Mario. Aber das war es dann auch schon. So, jetzt bitte wenigstens groß bleiben. Wenigstens das nur. Wow. Jetzt hätte ich fast gegen die Stachen gekracht. Oh, perfekt. So, jetzt gibt es schnell her. Wenn ich den schon vorher aufhalten kann, kann ich es mir sogar noch leichter machen. Dann muss ich das nicht mit dieser Randsprungkacke da machen. Und leider habe ich überhaupt nicht mehr mitgezählt. Komm, weiter. Äh, äh, äh. Wo ist das Problem? Ey, es kommen ja gar keine mehr raus. Scheiße. Och, komm schon. Ernsthaft. Es kommen nur drei raus? Wirklich? Liege ich da so verkehrt? Okay, komm, wir gehen hier weg. Das spawnen vom Bildschirm raus. Und vielleicht nochmal. Und dann? Sagt das Spiel vielleicht doch, ja? Ach, komm schon. Nee, tatsächlich. Drei Stück kommen da raus. Es ist so schlecht. Es ist sehr schlecht. Vor allem ist es wirklich schlecht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich sechs... Ich weiß nicht mal, wie ich sechs zusammenkriegen soll. Das ist wirklich schlecht. Ich weiß, wie ich fünf kriege, aber... Der sechste? Jetzt wird es kompliziert. Ich weiß, wo zwei versteckt sind. Plus die drei, die am Ende kommen dann. Wenn es wirklich anscheinend nur drei sind. Also das wusste ich jetzt nicht, dass die doch nicht unendlich spawnen können. Da lag ich wohl komplett falsch da mit meiner Theorie. So, das war schon mal gut. Dann hier unten einmal. Ja, das wird nicht reichen. Das muss ich wohl nochmal... Reicht das? Auch nicht. Ach, komm schon. So, dann legen wir es ganz vorsichtig dahin, wenn es sein muss. So, wir müssen gleich suchen gehen auf jeden Fall. Wenn ich hier überhaupt lebend hinkomme noch. Ähm, wo ich noch einen mehr finden könnte. Also einen Wunderpitz, ne? Ist ja klar, dass wir davon reden. Ach, geh weg. So. Ähm. Ja, jetzt haben wir nämlich zwei. Und am Ende gibt es drei. Das heißt, einen muss ich noch irgendwo... Einer muss noch irgendwo versteckt sein. Ich habe auch eine Theorie, wo. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das war das, wo ich ja vorher war. Da, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, äh, wie kommt man da hoch? Die Region, so wisst ihr. Die Zone. Komm raus. So, dann suchen wir mal. So, hier kommen Pilze raus. Oder was ist hier? Ja, da kommt auch nur Geld runter an sich. Vielleicht sagt ihr die Münzspur irgendwas? Aber ich glaube, es ist schon gar keine gute Idee, überhaupt hier zu sein. Moment, ich hau mal ab. Natürlich wird alles kaputt gemacht, außer das, was ich gerade brauche hier. Zack. So, und jetzt suchen wir. Suchen, suchen, suchen. Ich denke die ganze Zeit, man kann da oben lang, aber das ist eine Lüge. Hier ist leider auch nichts. Boah, scheiße. Schon verschwindet das Ding. Boah, die hat hier nicht lang genug, diese Wolke. Ach, Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, das wollte ich doch erst recht nicht. Scheiße. Da locker. Bestimmt muss ich hier irgendwas machen. Aber meine Wolke, von der kann ich mich jetzt verabschieden. Oh, Mann. Komm schon. Oh, er ist hochgehüpft in den nächsten Bob-Omp rein. Ja, genau das wollte ich ja auch. Ich glaube, man kann in diese Röhre rein. Vermute ich jetzt mal, weil da nichts rauskam. Aber das habe ich ja jetzt nicht rausfinden können. Weil Mario so eine Kacke gemacht hat. Ja, weil ich den Spin-Jump-Knopf gedrückt habe. Wow. Deswegen muss genau das passieren. Genau so, wie es jetzt passiert ist. Musste das wirklich passieren. Das war jetzt so unnötig. Vor allem, das dauert auch hier eine Ewigkeit. Das sind nie Levels. Die Schlimmsten sind immer die, wo man eine Ewigkeit dran sitzt. So, wisst ihr. Weil das verfickt lang ist, so gesehen. Boah. Oh, fuck. Großer Fehler schon. Gut, wenigstens habe ich ihn mit in den Tod gerissen. Aber damit ist schon mal Feuerblume weg. Und meine potenzielle Chance, überhaupt erfolgreich zu sein, ist schon ein Stückchen geringer dadurch. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Vermutung, wo ich hin muss. Gleich zumindest hin muss. Ach ja, mal schauen. Komm schon. Ja, dann auf die sichere Art und Weise würde ich mal sagen. So, hier muss ich vorsichtig sein. Also eigentlich muss man hier überall vorsichtig sein, ist ja klar. Zack. Ja, die lassen das Geld da fallen, aber ich meine, das ist ja scheißegal. Das ist jetzt hier unten lang. Möglichst ohne, dass mir irgendwas passiert. So, jetzt bitte. Bitte, bitte. Ich kann da rein, seht ihr? Damit komme ich... Okay, wo bin ich denn hier? Ein Schlüssel? Okay. Scheint wohl mehr... Ah, okay, damit muss ich da rein. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich ihn holen muss. Nämlich so. Nicht genau so, aber... Wenn ich treffe, dann so. Okay, und dann muss ich einmal aufmachen. Hoffentlich... ...war das jetzt das große Geheimnis dahinter. Nicht, dass hier der Wohnen abversteckt ist. Okay, wer hätte gedacht, dass hier noch eine Cave kommt? Da ist das dritte Leben. Okay, seht ihr? Und sehe ich selbst auch. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich muss nämlich wieder zurück. Oh, das ist wirklich ein Problem. Moment. Oh, shit. Okay, da ist noch was. Zum Glück. Oh, geh weg. So, jetzt muss ich das nur noch hier hinkriegen. So, ein Leben. Zwei Leben. Drei Leben und weg. Oh, okay. Endlich. Boah, das war anstrengend, das Level. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Alle sechs Leben. Das war anstrengend. Yes, aber ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Gut. Gut, gut. Eigentlich kann man das als Hinweis sehen. Wenn das schon steht, erhalte mindestens vier Wunderpilze. So, mindestens. Wisst ihr? Dann heißt das, da geht noch mehr. Da muss man, eigentlich muss ich ja viel mehr drauf achten, auf das, was da steht. Weil da steht, erhalte sechs Wunderpilze. Da steht nicht, erhalte mindestens sechs, weil sechs ist abgezählt. Es gibt genau sechs. So, wisst ihr? Das ist der Trick da einfach. So, und jetzt. Zwar völlig erschöpft, aber trotzdem Energie ins nächste.